Wir haben die Haut abgenommen von der Oberflächenfaszie in einer fisselligen Kleinstarbeit, um mal zu gucken, wie fest die Haut ist und wie fest Haut ist und verklebt ist und wie die Haut auch sozusagen die Form des darunternehmens annimmt. Als wir die Haut fertig absitziert haben, haben wir sie woanders hingelegt. Wir sehen das da, wie die Brüste von unserer Frau sind, das nicht glatt gewesen ist, sondern das hat die Form gehalten. Das war sehr beeindruckend nochmal zu sehen. Und es ist auch, wie nennt es, Bra-Line, also da wo der BH sozusagen sitzt, da gibt es auch richtig so ein Retinaculum, also richtig so ein Band, was sozusagen vorgesehen ist, was sich natürlich verstärkt, wenn man viel BH trägt oder eben irgendwie so ein Band. Und heute werden wir nun die Oberflächenfaszie abpräparieren und ein paar Lectures hören. Wir sind gespannt, was auf uns wartet. Genau, was auf uns wartet.